Hallo und Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, seitdem jetzt letzte Folge natürlich das FaceReview rausgekommen ist, habe ich mir überlegt, noch eine Folge aufzunehmen. Ja, ich dachte, wir spielen uns einfach nur um der Morgos mal wieder. Ich weiß, wird lange nicht mal umweilig. Aber es ist ja nicht so schlimm. Ich meine, kann man immer wieder spielen. Und ja, immer noch mit der Kamera muss ich noch mal üben. Aber so sollte es eigentlich gehen. Nein, man ist stupid. Aha, beleidigen die sich schon gegenseitig hier. Ja, ähm, Spielung und Morgos. Das ist jetzt einfach mal so ein Eingewöhnungsvideo mit meinem Gesicht, sage ich mal. Aber, ja, finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Kick Lime. Was habt ihr alle gegen Lime? Also echt. Okay, ja, egal. Wir spielen jetzt auf jeden Fall ein Morgos mit Face Game. Ja, ähm. Kurze Info vorab. Es wird ein FAQ-Video kommen. Meine ich. Ja, doch. Und nochmal eine Roomtour. Äh, ja. Heute sind wir wieder hinter der weißen Wand. Ich weiß, wunderschön. Und es geht los. Bitte lasst uns Imposter sein. Bitte. Schade. Ja, okay. Wir haben Tasks hier unten in Admin. Gatswipe. Eie. Verdammt. Too fast. Bro, ich stand da grad. Äh, ja. Da haben wir noch Storage. Da haben... Das ging schnell. Wat? Ja, schreien kann auch noch nicht. Yellow. Hu. Ähm. Gute Frage. Ich weiß es wirklich nicht. Äh. Orange, orange, orange. Jetzt denken alle ist Safe Report. Okay. Ja gut. Ja gut. Ich geh ja mit. Werden wir jetzt natürlich sehen, ne? Geht das so besser? Denkt man schon. Aber ich will ja auch, dass man mich hört. Eieiei. Du kennst natürlich jetzt auch hören. Oh, das ist natürlich belastend. Ne, gut. Den Storage House. Äh. Oh, ne. Jetzt haben sie Licht ausgemacht. Natürlich will ich ja gleich auch Imposter sein. Äh. Electricer ist natürlich jetzt am gefährlichsten. Ja. Yellow. Safe. Oh, ihr seht mal. Oh, ja. Das ist natürlich. Hm. Nicht so schön. Ja, das muss ich erst mal mal üben. Ui. Verstücken wir mal auf diese Seite. Ah, das ist auch blöd. Aber wenn ich hier, ja. Wobei, würdet ihr es aber auch sehen. Also ist eigentlich egal. Wie, die haben geskippt. Seid ihr denn komplett behindert? Ja, das ist ja nicht so gut. Ja, das ist ja nicht so gut. Es ist safe, Yellow. War ein letzter Punkt auch schon. Ähm. Länger als 10 Minuten soll das Video natürlich auch nicht werden. Ja, ich weiß nicht, vielleicht gefällt euch das ja mit Facecam besser als normal. Ihr müsst halt wie gesagt die Lautstärke hier höher stellen, weil nämlich das Mikrofon Handy ist ein normales Handy-Mikrofon, also Admin, ok wir haben nochmal die Chance bei K2, krass, meistens Second-Try, schade, ja hier wieder, wer ist gerade hoch, ich habe mich gemerkt, nein, Corona left again, ich meine es war orange. Wieso gehen die jetzt auf mich, hallo? Das sind, glaube ich, es ist safe orange. Ich mache jetzt schnell, ja, weiß, oha, ok gut, eine Runde machen wir noch, weil es so schönes ist gerade. Eine geht noch, da komm, werden natürlich noch ein bisschen schöne Musik hinterlegen, hoffen wir mal, vielleicht auch nicht. Komm schon, startet bitte. Start. Oh, jetzt entschuldige ich, der sehe ich. Komm schon, startet bitte. Dankeschön. Bitte, 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 wir haben gute Chance. Ach, komm, das kann doch nicht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir sind schon wieder Crewmate. Immer wieder. Na komm, connecte doch die scheiß Wallers. Und wir haben wieder Card Swipe. Komm schon jetzt aber für zwei. Das war knapp, aber sowas von. Sion. Ich habe Card Swipe gemacht. Okay, sagen alle Sion. Believe me, nö. Die sagen, du warst's. Ich kann natürlich auch noch mal ein bisschen näher kommen, dass ich auch ein bisschen mehr hört. Purple. Werden wir jetzt natürlich sehen. Ja komm. Dieses ständige lange Voten, das nervt irgendwie. Ich könnte es natürlich rauscutten, aber wäre natürlich auch blöd. Was lagere ich hier eigentlich? Ja. Komm schon. Komm schon mal rausfliegen. Komm. Yes. Perfekt. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir noch unsere letzten Tasks hier fertig. Und nicht Finger an die Kamera halten, das ein bisschen blöd ist. Perfekt. Na komm, geht noch ran. Danke für. Wieder wires fixen. Nein, schwarz, du das. Schwarz, 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 ja ja. Ja gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr noch für diese Runde eingeschaltet habt, obwohl wir nicht Imposter geworden sind. Egal. Und ich hoffe, dieses Eingewöhnungsvideo hilft euch auch ein bisschen, euch an mein Gesicht zu gewöhnen. Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Macht's gut. Und ciao. So, wir haben das Game Off.